Jo Leute, was geht ab? Heute spiele ich wieder The Legend of Zelda Ocarina of Time, die alte Version, heute möchte ich den Dekobaum Dungeon wenden und ich möchte ihn einfach hinter mir haben. Ich möchte zum Arterberg und wie auch immer der heißt. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Dungeon. Ich habe so oft in meinem Leben gespielt. Oh, da fahre ich mir. So. Warte, so, ja, Käse. Oh nein, mein Stick verbrannt. Scheiße. Ich habe es jetzt auch hinbekommen, meinen Z-Button einzustellen, weil vorhin hatte ich ihn auf dem Options-Button auf meinem Controller und das hat nicht sehr gut funktioniert. Ich hoffe, das geht jetzt besser. So, 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 so. Ektisch kommt jetzt, okay. Ja, ich hasse diesen, ah. Na weh, bitte halt dein Maul. Ja, 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 ja. Hier hin. Und so, so, so. Ah, oh, ups, lol. Schön. Jetzt müssen wir auf die Plattform springen und dann rübergehen. Ist ja auch gut. Gut. Okay, und jetzt hier weg. Okay, nice. Ups, okay, das war sehr, sehr dumm von mir. Okay, nice. Pico Seeds. Okay, nice. Auch ein Herz. Okay, wichtig. Auch noch ein Herz. Okay, also Navi in diesem Spiel ist sehr, sehr grausam. So, wer auch immer bei Nintendo Navi hier eingebaut hat, ja, so sagt man das, eingebaut hat, sollte gefeuert werden. Ach ja, ich hatte im letzten Video Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, jetzt geht alles besser. Und, ja. Dieser Park führt auch ein bisschen länger, glaube ich. Außer jetzt, der Bus kommt jetzt gleich. Was ich jetzt nicht denke. Was ist das für ein Raum? Nie gesehen. Was ist das für ein Raum? Okay, das war es auch schon wieder mit dem Raum. Okay, nice. Wann, ich brauche aber euch. Auf euch, bitte. Okay, daneben nicht. Okay. Und diese Dinger oben abschießen. Bind ich zu dumm? Digga. Digga. Bro. Bro. Der Scheiß draufkommt runter. Wow, what the fuck? Und hier ist noch eins, oder? Ja, direkt über mir. Bis kunst du dich nicht damit treffen? Hä? Ey, seit wann? Runter, Digga. Okay, ich habe mein Herz wiederbekommen. Jetzt nochmal hier. Bisschen, okay, keine Nüsse. Dann halt nicht. Okay, okay. Da ist noch so ein Ding. Ein Stick. Wichtig. Und hier. Ja. Ob das hier muss man später hin. In der Bombe. Aufschließen. Und noch sowas, okay. Nein, nein, nein. Okay, scheiße. Ich habe vergessen, dass das so ist. Ja, ich habe den A und B-Button vertauscht. Da ist für mich angenehmer, jetzt so zu spielen. Aber ich muss mich halt wieder dran gewöhnen. Autsch. So, jetzt sind wir wieder im Raum von vorhin, glaube ich. Ja, okay. Warte, 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 warte. Da ist auch eine Skokula-Shop. Keine Ahnung, wie diese Dinger heißen. Keine Ahnung. Egal. Was ist man nicht immer wieder so laut? Ich check selbst nichts. Ich check selbst nichts. Clean. So, 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 so. Und hier rüber, hier rauf. Dann hier eine Rolle. Und schlagen, damit das Ding nicht weg geht, okay. Oh nein, ist nicht das hier. Oh nein. Ich weiß den Code nicht mehr. Okay, scheiße. Ich glaube, zuerst den. Scheiße. So, so. Ich glaube, so. So, so. Dann den hier. Nein, okay. Das ist den. Dann du. Nein. Dann du. Nein. Dann du. Ich weiß es selbst nicht mehr. Nein. Äh. Äh. Hm. Mitte. Links. Da bin ich du. Nochmal du. Dann du. Warte, warte. Wie war das nochmal? Äh. Ich brauche Herzen. Weil ich glaube, ich werde danach sterben. Und das will ich aber nicht. Warte. Ich probiere nochmal in der Mitte. An Linda. Warte, habe ich das schon versucht? Boah, es ist gar nicht mehr. Boah, bro. Ey, Junge. Oh, zä. Bin ich doof? Ich weiß, was ich lauter bin. Auch hier. Oh. 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 Oh, du Purensohn. Und halt auch nicht. Junge. Hä? Ich stumpf. Warte. Ah, Junge. Halt dein Maul. Warte. Was habe ich noch nicht versucht? Äh. Ich habe. Den. 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 Hm. Ich habe es noch mal so. Ich weiß nicht, ob ich das schon versucht habe. Ja. Und du. Digger, weißt du was? Ich gehe Kuss auf Google. Hey, Digger. Ich bin gerade zu dumm dafür. Warte. Ich gehe Kuss auf mein Handy. Ich gehe Kuss auf. Ich gehe Kuss auf mein Handy. Anzeige, Digga, aaaaaah Zwei Anzeigen, ich kann sie nicht überspringen, ich hab keinen Bock mehr Okay, danke, danke, danke Das dauert viel zu lange Hey Junge, was ist das, hä? Ja, zeig mir doch einfach, wie das geht, Junge, hä? Okay Ja, okay, gehst du da in die Mitte Halt deinen Maul, Digga, halt deinen Maul Du hast doch safe versucht, safe Was ist das, lol? Und du, anscheinend ist das so, keine Ahnung Und du Halt deinen Maul, hä? Was hab ich, hä? Was hab ich doch versucht, nicht? Hä? In order to administer the coup What? The? What the fuck was he talking about, bro? What the fuck? Aber was hat der gelabert? Hä? Egal, jetzt kommen wir zum Endboss Ich will kurz speichern, so Das kannst du das Spiel gespeichert Schön, schön Guma Guma Das kannst du... Das, jetzt muss ich eigentlich dieses Ding nur oben treffen, nicht? jetzt macht das kinder mehr klappt es halt nie angreifen link danke link 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 ok das war schon mit dem ersten bus fight das war relativ easy ich hatte das schwere in erinnerung als ich als läger ein deutsch scheiß drauf weiter einfach scheiß drauf und mein erster herz container vollständiger container weil man kann ja auch ein viertels herz container und so weiter und so fort ja okay das war es mit diesem dungeon jetzt kommen wir noch nein das kommt erst wenn man ja okay das kommt erst wenn man das master schwert besitzt so war es ja ich habe alles vergessen vom gegen vom game sogar aber 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 jetzt müssen dieser mann endlich baum wir haben los reeds wie kann man doch das video geht jetzt schon 17 minuten das ist sehr sehr lange jetzt sehen wir die göttinnen hülias oder eine göttin aber das sind die triforce kann man so sagen okay dann ja 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 Den wir benötigen, um ins Thora Zwoffenlager zu kommen, um ans Master schwer zu kommen. Genau, genau, in die Kammer der Zeit oder so, ich weiß nicht mehr. Jojo. Ich bin ein bisschen müde, vergib mir. Entschuldige Navi, goodbye. Ja alter Mann. Und da ist er weg vom Fenster, einfach tot. Let's go to Hyrule Castle, Link. Okay. Und da ist der Dekobaum auch verstorben. Er erkannt und dann auch direkt mal tot. Okay, also ich werde jetzt diesen Part hier beenden. Dieser Part geht jetzt schon 22 Minuten. Ist nicht ohne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn 99,9% der Zuschauer nicht bis hier hinschauen. Weil, keine Ahnung, ich bin nicht unterhaltsam. Ja, ich weiß, ich weiß auch selber, dass ich nicht unterhaltsam genug bin. Null. Aber naja. Was soll man dagegen tun? Ja. Dann bis zum nächsten Part und auf ein Wiedersehen.